Hallo, Na, wie war's? Naja, es geht. Hallo, Leonie. Hallo. Setzt du dich, sonst werden die Spaghetti noch kalt. Gab's heute irgendwas Besonderes? Nee, nicht wirklich. Wow. Leonie, komm, setz dich erst mal hin. Ich hol dir ein Glas Wasser. Hier, trink erst mal was. Mama, ich glaube, ich lege mich mal hin. Okay, alles klar. Schläfst du? Nein, ich bin wach. Ja, wach und total heiß. Ich mach dir jetzt mal einen Tee. Was für eine Sorte willst du? Kamelle ist gut. Gut, bring ich dir. Hier, bitte, dein Tee. Danke. Soll ich das Glas mitnehmen? Ja, kannst du machen. Leine spielen ist langweilig. Mama. Ich komm schon. Kann ich vielleicht ins Wohnzimmer? Hier ist es so kalt und ich fühl mich ganz alleine. Klar, komm, ich helf dir. Ist es jetzt besser? Ja, hier ist es viel wärmer wie oben. Kannst du vielleicht das Licht anmachen? Ah, Toffi, kommst du zu mir? Ja, wenn du was brauchst, rufst du, okay? Leonie, möchtest du gar nichts? Ich hab Halsschmerzen. Soll ich dir vielleicht eine Suppe machen? Ja, das wär gut. Die krieg ich auch viel leichter runter. Hilfst du mir beim Abräumen? Ja. Ich hab irgendwie noch Durst. Leonie. Am besten nimmst du die Kanne gleich mit hoch. Schlaf gut. Danke, Mama, du auch. Ach, Toffi. Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Nicht wirklich besser. Hm. Konntest du noch ein bisschen schlafen? Ja, konnte ich. Oh je. Immer noch so heiß. Am besten gehen wir zum Arzt. Ich hab dir ein Spiegelei gemacht. Und ein Apfel für die Vitamine. Andreas, wärst du so lieb und würdest heute Emma zum Kindergarten bringen? Ja, kein Problem. Komm, Papa. Nehmen Sie erst mal Platz. Paul? Ja, ich komm. So, Leonie. Und jetzt sag mir doch mal, was dir fehlt. Ja, also ich hab Halsschmerzen und ich hab auch Fieber. Ja, gestern war mir auch spinnlich. Jetzt rufst du dich erst mal aus. Krank sein ist ziemlich langweilig. Ja, hast du dich. Ja. Du bist also naheinander. Ja, Jamaica. Aber das ist so lieb, wie du?